So, hallo an alle noch mal, Huzua ist wieder, Amagari, ich bin mit dem kleinen Lichtle. Oh, ich sehe gerade hier Lichtle, genau. Oh, er hilft mir auch gerade. Und wie gesagt, untereinander wieder schön helpen, 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 helpen. Ganz genau. Ich werde es so machen, dass ich meinen Namen noch umstelle, das war eigentlich nur ein Fail, dass ich, ich sag mal, wenn wir eh gerade unten links sind, dann komm gleich mal in mich rein. Ach so, das war ein Lichtle-Team. Mist, machen wir es wieder so, dass wir mit allen Leuten teamen? Genau, ne, 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 alle, die Lichtle, Huzua oder Diziax drin haben, werden einfach mal geteamt und fertig. Ganz genau. Oder die Hashtag-Döner. Wow, das war halt... Diziax, das ist King. Mach full split, komm, die holen wir uns. Äh, wo seid ihr? Oh, Bitch. Ja, genau, oh yeah, hier, hier, hier. Spread hat man ein bisschen für mich hier. Diziax, gib Gas, hier. Chill. Oh, Alter. Gas to me. Ja, chill, Alter, zwischen mir ist noch. Jetzt, 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 jetzt. Ja, Lichtle, willst du vielleicht gleich einfach mal kurz sterben, wenn Guzua jetzt eh bei mir ist? Ähm... Jo, mach ich. Genau, genau, ja, ja. Warte, erst mein Teil noch, dass du dann hier, ähm... Hier, spreader mich rein, ja, nice, läuft auf jeden Fall. Okay, ich bin ganz kurz tot, ich ende mal schnell meinen Namen in Lichtle, eine Sekunde, zack. Ah, le, 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 Lichtle. Oh nein, das war ein Lichtle-Fan. Gleich mit irgendeinem Zeichen. Guzua, Guzua weg, geh nach links, geh nach links, bitte. Okay. Und spreader dich mal ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen läutes, weil sonst verlieren wir einfach eine Masse. Okay, gut. Ja, Lichtle-Fan, egal, spreader dich einfach noch ein bisschen weiter, Split-Running. Ich komm nach links unten. Genau. Warte. Seid ihr noch links unten, oder...? Splitter dich noch mal, splitter dich noch einmal nach vorne. Warte, warte, warte. Einmal nach, durch mich durch, einmal zu mir, einmal zu mir. Achtung, oh, sorry. Und da war er weg, Guzua. Na, warte, warte. Hier hängt noch mal ein Bot rum, den... Komm, Guzua swag, gib mir Masse, gib mir Masse, gib mir Masse, ich muss mich bennteilen. Der hat uns was geklaut. Was? Da kommt einfach immer von unten in den Rhein, okay. Mhm. So war das nicht geplant. Da ist Shadow, ist das der Shadow? Moritz, wo bist du eigentlich? Ich komm grad wieder. Ja, du hast mich grad schon wieder gegessen, ich war grad bei euch, dann isst du mich ja. Lichtl Helper kommt jetzt auch nach oben, einwandfrei läuft. Komm, jetzt. Nein, 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 nein. Ich bin da, ich bin hinter euch. Dieser Guzua swag checkt's irgendwie nicht ganz. Komm, Fullsplit, Fullsplit, Guzua swag, Fullsplit. Na, guck mal, das ist, das ist mit dem Delay. Los, 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 los. So, warte, gib her, komm her. Ah! Nein. Der hat... Ich bin hier neben dir, Lichtl. So, ich komm jetzt auch nach rechts oben, ich hab mittlerweile auch schon ein bisschen Masse. Ah, Guzua swag, genau. Hier, 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 da ist mein Homie. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Hier, hier. Ja, hier, TYT, äh, nee, hier, wie heißt der? Swag, Guzua swag? Ja. Oh mein Gott, ja, äh, willst, ich bin TYT Rage, nur so nebenbei, ne? Und ich bin direkt neben Guzua swag, richtig so. Nein, die baiten dich! Swag, Digga! Oh mein Gott. Hat er, hat er's nicht ganz gerafft? Doch, er hat's gerafft, er hat's gerafft, ja, er steht neben dem richtigen Guzua. Er ist richtig weggebaitet, ohne Spaß, Alter. Das war richtig close, wir teilen den... Wow! Er heißt einfach Lichtle Helfer und teilt sich für mich. Das sind die Besten, Alter. Zack, hol ihn, hol ihn weg, Swag! Hallo! Oh nein, 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 nicht wegholen. Wer, wo? Ach, du bist, ah, du bist neben mir, ich seh das jetzt, ich teile es jetzt erst. Hier, feed mich mal bitte ein bisschen, wär ganz nett, danke dir. Einwandfrei... Äh, wo seid ihr? Äh, rechts oben. Ich komme. Ja, das Problem ist dieser, der, der, der Guzua swag muss, äh, das ist halt echt schwer, wenn jemand anderes, die wegen der Verzögerung... Naja, ich meine, aber man kann ja im Normalfall... Fullsplitten, ja, Fullsplitten und so, da muss man halt dann... Ja, ja, klar, dann Fullsplitten ist schon... Na, Moritz, bist du? Ne, das ist TYT Lichtle. So, wo bist du, Lichtle? Ich flieg grad nach... Oh, jetzt, jetzt helfen sie mir! Seid ihr, seid ihr blau, seid ihr blau. Ist da irgendjemand blau? Sweat noch mal einer in mich rein! Äh, Desiacs, Desiacs gibt's... Ne, 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 warte mal... Ey, seid ihr bei den Blauen, oder wo seid ihr denn? Wir sind bei so einem Lilan. Flieg auf ihn drauf, Lichtle. Ah, ui, ui. TYT Shadow, TYT Shadow. Ja, komm mal hier lang, komm mal hier lang. Der ist doch unser Kumpel, oder? Der hat, der hat mich, glaub ich, sogar gegessen. Oh mein Gott, da ist der Größte, da ist der Größte, oh mein Gott, ist der fett. Aber TYT Shadow war doch der, der, der Kumpel von euch. Nein, nein, nein. Ja, aber der hier hat mich gefressen, das weiß ich. Lichtle, wo bist du? Rechts, ich flieg grad nach rechts oben, ich sollte gleich da sein. Ja, okay, super. Guzoa, Lichtle kriegt auch noch mal ein bisschen was Masse. Jetzt, jetzt haben wir hier nur noch Lichtle Zeugs. Sehr geil. Weg, 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 der Guzoa. Ich geh. Ich glaub, ich hab ihn, ich glaub, ich hab ihn. Komm mal ein bisschen nach rechts, da ist Lichtle Helper. Nein, das geht's jetzt nicht ernst, nein. Wo bist du, Lichtle? Komm mal nach links, Guzoa, ein bisschen, bitte. Oh, Guzoa. Oh nein, was war das denn? Warte mal, Guzoa. Vielleicht kannst du vielleicht kurz mit mich machen. So, jetzt denk ich mal. Ein bisschen nach links, oder halt nach oben. Ah, jetzt, jetzt seh ich dich, Lichtle. Nach oben. Ah, das bist du, ja, das bin ich. Lichtle, Hashtag, Hashtag? Ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Wow, 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 wow. Der andere gehört es, warte mal. Ah, scheiße. Gerti, weil die Shadow gehört es zu uns, Moritz. Nein, 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 nein. Lichtle, soll ich mich hier nicht rein spreadern? Ja, mach, 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 mach. Okay, schön. Es war zu früh, warte kurz, wir holen ihn jetzt aber. Oh, Guzoa Swag gibt mir natürlich gleich sehr gut gemacht. Jaaa. Moritz, hinter ihm, Moritz, hinter ihm ist ein grünes Ding. Du könntest ihn teilen. Also, jetzt müsste er, jetzt müsste er machen. Wir haben hier richtig abgeliefert. Also, ich hab gut geswaggert. Ich bin aber gleich weg, wenn es so weitergeht. Leute, teilt diesen TYT-Shirt und nicht mich. Ja, sehr schön. Sehr schön. Schön, warte, komm her. Ich hab einen Teil. Ja, warte, warte, warte. Ich flieg einmal durch dich durch. Es ist nur mein Kleinteil. Ich flieg einmal durch dich durch, warte. Und dann machst du ein Fuß bisschen. Komm her, warte. Ja, 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 schön, 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 schön. Warte, warte. Warte, nein, da ist ein grünes Ding. Das grüne Ding muss erst weg, sonst bin ich weg. Das grüne Ding muss weg, sonst bin ich... Toll. Pfff. Richtig gut. Und in Disiacs rein. Warte? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich bin so ganz chillig dahinter, weil ich mir denke... Jetzt, 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 jetzt! Hey, Lichtle, pass auf! Oben! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oberhalb, Disiacs oberhalb, links oben von euch. Da müsst ihr aufpassen. Da kommt jetzt der fetteste. Geh, geh, geh. Geh neben mich, geh neben mich. Auf die andere Seite, auf die andere Seite. Hier, komm zu mir, dann feed mich doch einfach. Auf die andere Seite, auf die andere Seite, Lichtle. Auf die andere Seite. Also links, okay. Wartet. Ah, scheiße, du bist so eng. Da könnt ihr gerade den fettesten splitten. Da könnt ihr gerade den fettesten splitten, den Cyborg und dann ist halt... Okay, fähl mich, fähl mich. Beeil dich, sonst bin ich gleich weg, glaube ich. Du siehst das grüne Ding eh, oder? Ich seh gar nichts, nein. Da oben. Direkt über dir. Ah ja, voll. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Ja, splitt ihn, splitt ihn. Sehr schön, sehr schön. Noch mal, noch mal, noch mal. Und, und wie ging das normal mit W, oder? Oh! Noch mal, noch mal, noch mal. Ah, splitt ihn einfach noch mal. Komm. Mit W oder was? Sag noch mal. Noch einmal. Das geht nicht, ich bin zu klein. Ja, erzähl mal. Nein, Cyax ist King, bitte. Wie, wie, wie soll ich's denn machen? Ich helf dir doch gerne. Ah, ne, ich mein, die Cyax ist King. Moritz, feed mich ein bisschen, bitte, danke. Aber ich bin doch auch neben dir, Cyax. Oh, shit, da kommt jemand von oben, da kommt jemand von oben. Die Cyax, wie geh ich in den Virus rein? Was? Da kommt jemand von oben, Moritz. Ja, ja, passt schon. Wir holen nicht in den Virus reingehen, passt schon. Okay. Splitt ihn noch mal, da ist direkt ein grünes Ding wieder. Ja, warte, warte, warte. Beat, 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 sehr schön. Boah, Cyax ist King, hat gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, nicht schön, nicht schön. Hab ihn. Sehr schön. Nochmal, ne. Oh, er ist in sechster Teil, ne? Er ist in sechster Teil, ne? Ist doch gut. Nice, nice, jetzt, 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 jetzt. Sehr schön, sehr schön, du hast sie... Oh, 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 oh. Sehr schön. Sehr geile Nummer auf jeden Fall. Äh, jetzt durfte er auch wieder an mich denken. Ja, da bist du. Ihr kleinen Swagger-Boys. Ja, genau. Geht's dem Guzua mitten ins Gesicht. Oh, man. No chance. Ach, wir sind jetzt erster Platz, zweiter Platz und Guzua ist auf dem. Nichts. So, jetzt, sagt mir nochmal, wie ich so'n, so'n, äh, wie ich so'n Virus anschieße nochmal, dass ich's weiß. Ja, mit W, schau hier so, zack, und dann fliegt er. Okay, und dann ist er... Wenn das jemanden trifft, dann splittet er sich in 16 Teile. Okay, geil. Guzua, mach mal ein bisschen, äh, splitte dich mal kurz über mich, Lichtle. Einmal mir vorbei, dass du meine zwei kleinen Teile da holen kannst. Kannst nochmal nach oben? Ja, genau. So, jetzt gucken wir mal, was hier geht. Oh! Oh, sorry. Alter. Warte, ähm. Ja, passt, warte. Zack. Guzua nimmt erstmal, von allen. Und jetzt verteile ich wieder an euch. So. Ja, splitte dich einmal über mich drüber, Guzua. Einmal. Genau, zack. Lichtle, ich... Ah! Ich würd' dir wieder auch spenden, kein Thema. So, hier, äh, Guzua, feed mal meinen einen Teil, geh mal hier in den Virus. Ja, warte, warte, warte. In den Virus, ja? Links. Ja, da mit deinem kleinen Teil. Mit dem kleinen Teil in deinen Virus. Hier, The Zero ist noch irgendwie Konkurrenz. Sirius ist Konkurrenz. JD, Dom, L. Jetzt komm her, komm her. Einmal, äh, in die... Also nicht, also in die andere Richtung mit deinem großen Teil nach rechts. Nicht nach rechts, da bin ich tot. Okay. Ja, dann doch nach rechts. Jetzt genau einmal nach rechts. Einmal jetzt nach rechts. Ja, genau, mach. Okay. Passt doch. Moritz, gib mir mal ein bisschen Masse, bitte. Hier, warte, Lichtle. Komm her, komm zwischen meine Brüste. Genau, dann... Oh, komm zwischen meine Brüste. Nee, ich wollt' jetzt nicht sagen, sei mein Schwanz und ich bin das Ei. Also das ist so ein bisschen... Warte mal, das ist der echte Schilder, ja, das ist der echte Schilder. Warte, Guzo, fliege in das grüne Ding rein. Ja, okay, mach ich. Warte. Aber nicht, dass Yolo das Küken wieder ankommt hier. Jo, läuft. Jetzt splitte dich nach oben, zweimal. Einmal reicht, oder? Ja, reicht schon. Nimm. Warte. Ihr anderen dürft natürlich auch aktiv reingehen, also wenn ihr seht, wir splitten uns, dürft ihr das auch nehmen, wir hauen euch ja nicht in die Schnauze. Guzo, 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 guzo. Ja, komm, genau, dann wirst du damit schon mal größer. Ah, so, ah, du splittest richtig übel, krass. Okay, so, und jetzt kannst du gerne... Jetzt plittest du dich nach unten, nach unten. Genau, warte. Zack. Jetzt nach oben fliegen. Jo. Nach oben splitten. Sehr schön. Dann nimm du den oben noch, ja? Ja, geht auch. Dann nehm ich jetzt nämlich... Moritz, wo bist du? Der ist ganz unten. Ich mach hier, wenn ihr nichts dagegen habt, ich mach hier grad mit ein bisschen TYT-Shadow und ein bisschen Action, oder? Das ist ein bisschen Übersicht, der vielleicht... Ja, wir müssen halt endlich mal die anderen Plätze finden. Hier, JD Arrow, Awesome, Shadow... Ah, Shadow ist wahrscheinlich... Ja, Shadow ist von uns und den mach ich grad. So, jetzt... Da ist ein anderer... Ich würd' dich jetzt gerne noch mal kurz anschießen. Kann ich das mal probieren? Guzo, unter uns, unter uns, unter uns. Komm, 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 komm. Ich komm ganz langsam. Ich weiß nicht, ob der Lichtle im Namen hat. Ich kann's nicht sagen. Ich komm auch langsam runter. Lichtle, hier, hier, genau, genau. Das ist mein Werk. Dann können wir jetzt nämlich den Trollick, können wir jetzt nämlich hier killen. Guck mal. Neben dir der Trollick. Nimmst du den? Ja. Komm her, Guzo, komm her. Sehr gut gemacht, sehr... Flieg unter mich, unter mich. Splitte dich nach unten. Warte. Flieg in den Virus. Weil unter mir riesige Leute sind. Warte. Flieg über mich drüber. Flieg, 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 flieg. Flieg, flieg, flieg. Beeil dich, Mann, beeil dich. Ja. Dankeschön. Pass auf, fiede mich, den unteren Teil. Ja, ja, klar, kriegst du. Feed, 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 feed. Wir müssen den jetzt so baiten, dass der irgendwie drauf geht. Naja, genau. Noch bist du ja eine gute, leichte Beute. Und dann spreader ich mich in dich rein. Ich glaub, du kannst es einfach... Mach Fullspit, mach Fullspit. Ganz schnell leertest du. Sehr schön. Fuck. Nice. Da war ein Virus. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe ihn gesplittet. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm vor mich, komm vor mich, komm vor mich, komm vor mich. Oder warte. Das schaffe ich gar nicht. So, ja, okay, passt. Jetzt splitte dich zweimal, splitte dich zweimal. Ich splitte mich einmal in ihn rein. Nochmal. Nein, warte, nein, nicht in ihn rein. Hier, das schaffe ich doch, oder? Nee, viele mich, viele mich, viele mich. Okay, klar, warte, warte, warte. Beeil dich. Jo, passt. Jetzt nimm dir den kleineren Teil noch. Und jetzt, warte. Jetzt nehm ich den. Und jetzt fiel ich dich gleich in. Jetzt fiel in mich, fiel in mich, fiel in mich. Nein. Oh. Na, Hashtag, wa? Hä, hä, hä? Seid ihr da grad, Moritz? Ja, ja, TYT Shadow. Ja, ja. Ich glaub, der gehört zu euch. Ja, passt. Nee, welcher Shadow ist das? TYT Shadow. Der fliegt grad in mich rein. Mit der Maus? Ja, ja, das ist der. Ich hab grad irgendwie, ich hab grad so minimal. TYT Awesome? Wo seid ihr? Den müssen wir essen, Moritz. Den müssen wir essen. Den müssen wir essen. Okay. Wo seid ihr ungefähr? Ich hab grad irgendwie übel mit einmal zu viel gesplitten. Das war übel low. Ach, auf wie viel? Ich kann das grad gar nicht abschätzen. Guso, wie viel hast du links da unten stehen? Äh, 20.000. Alter. Ah, Guso, da bist du. Ey, ich bin hier neben euch. Guso, splittige mich. Der wollte dich essen. Hallo. Nein, was machst du? Hier, Guso, ich bin neben dir. Ich bin TYT Rage hier. Ah, da, ja. Warte. Knapp, knapp, knapp. Lichter liest du, Chat? Ja, tu ich. Immer so nebenbei ein bisschen. Genau, ist bei Agario halt einfach nicht anders machbar. Ja, im Moment sind halt immer nur so smiley. Den holen wir jetzt weg, Guso, okay? Welchen? Ah ne, warte, ist ja Lichter-Slime, lol. Also ich flieg grad wieder zu euch. Also ich war schon bei 26.000. Ich war bei euch. Da kam einfach der TYT Rützke, Alter. Rützke. TYT Rützke. Ey, können wir mich noch mal ganz kurz als fettesten Boy in the Hood machen? Dann würde ich nämlich gerne jetzt mal gucken, wie viel machbar ist. Jo. Autosplit kassiert. Warte, gut. 30.000. Äh, läuft. Ey, Leute, ich glaub wir gehen jetzt in die FFA-Phase über. Jeder frisst jeden, weil ich werd die ganze Zeit von euch gefressen. Warte mal, Guso, komm mal her. Ja. Geh da oben ins grüne Ding rein. Machen wir's wieder so. Wir stimmen wieder im Chat. Genau, ich geh oben rein. Wir stimmen wieder im Chat ab. FFA, das heißt hier gegen jeden. Ja oder nein. Wenn ja, dann fressen wir einfach alle. Ihr könnt uns fressen ohne irgendwelche Probleme und andersrum. Und wenn nein, dann halt nicht. Warte, komm her. Nimm dir. FFA ist halt dann wirklich... Pass auf, ich bin mir so... Okay. So, jetzt würd ich gerne nochmal wieder was zurückgeben. Ja, splitte dich einfach mal ein bisschen da lang. Splitte dich einfach mal bis der da drüben ein bisschen hin. Da drüben. Nach rechts einfach einmal oder zweimal. Nach links. Einfach zweimal nach rechts. Dürf dich fragen, wo ihr circa seid. Ja, und zwar links. Ja, links. Okay, sag mal. Okay, sag mal. Moritz, Moritz. Schaut mal in den Chat. Ist ja oder nein mehr? Ich kann's gar nicht einschätzen. Ich kann's im Chat grad gar nicht sehen. Warte. Kann's überhaupt nicht einschätzen. Nein. Es ist nein definitiv. Ne, es schreiben verdammt viele Ja. Ja, aber mehr Nein. Also eben haben deutlich mehr Ja Nein geschrieben. Okay, Guzo split dich mal ein bisschen rum, weil wir verlieren grad extrem viel Masse. Ja, wo seid ihr denn? Sag doch was. Ähm, wie gesagt, also ich würd sagen, links unten. Würde ich sagen. Warte mal. Wo komm mal her, Digga? Da kommt dieser Islam. Kein Bock ist der uns jetzt weg. Nee, nee, warum auch, wa? Hier, holen wir erstmal hier Gitter. Okay, es ist, es ist, glaube ich, genau ausgeglichen. Ich kann's echt nicht sagen. Ja, nein, ja, 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 ja. Ja, warte, warte, warte. Fien, genau. Ähm, warte, ich sag dir gleich, dann kannst du. Splitte dich einmal nach oben, aber genau nach oben. Nirgends woanders. Einmal nach oben. Ja, genau, passt. Läuft bei mich. So, jetzt musst du hier erstmal alles fieden und dann... Ja, wir müssen auch fieden. Bisschen fieden? Du mich? Ich dich, wa? Nee, nee, du mich ein bisschen da mal an meinem Eintal. Genau, so, perfekt. So, jetzt mach du erstmal klar, dass... Wow, das war richtig, Fade. So, wo bist du? Erlichtle? Bin hier drüben. Bin, glaub ich, ganz rechts, keine Ahnung. Dann komm, ey, dann lass nochmal mieten. Lass nochmal mieten. Warte, ich sterb, ich sterb einfach. Einmal über mich drüber Splitten, Guzo. Ja, Lichtle, wir helfen dir gerne. So, zack. Ich finde euch einfach nicht. Gib mir deine kleinen Teile hier oben. Hashtag Lichtlehelper hier, kommt. Wir gehen jetzt mal zur Lichtle. Gib mir hier deine kleinen Teile hier oben, Guzo. Ja, ja, nimm, nimm. Warte. Ja, du musst mich ein bisschen peenen. Ich bin schon mal ganz unten, ich flieg einfach mal nach links. Okay, wir kommen... Genau, genau. Komm bitte links. Wir fahren... Wir fliegen auch nach unten. Guck mal, jetzt... Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen nach unten. Jetzt gehen wir nach unten erstmal schön Split. Nochmal, nochmal, nochmal. Warte, warte. Geht doch nicht, dann bin ich tot. Nein, dann mach... Warum, wer ist denn da? Hey, guck mal, wer da ist. Kann ich nicht sehen. Da ist Hashtag Kanalratte. Äh, wer ist? Ja. Jetzt sitze ich einmal noch nach unten. Da ist Guzo was Wack 2. Da ist Guzo was Wack und Guzo was Wack 2. Und ich glaube, Lichterhelper hat jetzt vor mich zu essen. Kann das sein? Achtung, Guzo. Feed mich ein bisschen, bitte. Warte, kleinen Moment. Hier meinen unteren Teil. Ja, jetzt bist du schon größer. Genau. Pass auf, ich bin mir so sicher, wenn ich jetzt stehen bleibe, er frisst mich einfach. Warte. Ja, haha. Er heißt einfach Lichterhelper. Ja. Das ist so dreist, Mann. Ich verstehe das nicht. Einmal nach oben splitten, einmal nach oben splitten. Genau, über mich. Genau so. Pass aber auf, dass du immer einen Teil von mir am Leben hast. Ja, klar. Kann ich einfach mal nach links vielleicht ein, zwei Mal splitten. Einfach mal, um ein bisschen Masse zu holen. Lichtle, wo bist du? Ähm, ich habe gerade so einen Lichterhelper ein bisschen getrollt, weil der will mich... Ich bin ganz links unten in der Ecke. Ganz links unten, okay. Komm, komm, dann lass uns... Nochmal nach links splitten. Nochmal nach links splitten. Genau, jetzt hier in den Virus rein hier. Hashtag Virus. Egal. So, zack. So. Einmal nach vorne splitten. Genau. Aber nicht... Genau, so zack. Nochmal. Nochmal, ja. Lichterhelper, sehen wir... Ja, jetzt sehen wir den Lichtle wieder. Ganz, ganz wichtig. Wo, wo? Da, Guzo, bist das du? Ja, 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 ja. Mach mal kurz das grüne Ding da weg. Wo ist Moritz? Nein, über uns. Der Lichtlehelper struggled gerade ganz schön durch mich. Ja, friss den mal. Guzo friss den mal. Moritz friss den bitte, diesen Lichtlehelper. Ja, warte. Und jetzt gleich bam 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 bam. Lichtlehelper riesig groß. Eskalation Deluxe. Oh shit, wir haben gerade ein Problem. Moritz? Ja, sehr schön, sehr schön. Ich geb dir jetzt was. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, sehr schön, danke. Boah, ich weiß, ich bin der allerbeste. Nimm noch meinen kleinen Teil da. Genau. Lichtle ist... Ja. Weil ich find das auch so doof, wenn man dann Ewigkeiten wieder total klein ist. Moritz fliegen nach links. Guzo, feed mich mal ein bisschen bitte. Moritz fliegen nach links. Ja, mach ich gleich. Warte, warte, warte. Feed, 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 feed. Ich hab ja nichts mehr. Ja doch, doch, doch. Gib mir den kleinen Teil da noch von dir. So, mal ganz schnell die Top-Liken für euch. Erster Platz beim Top-Liken ist immer noch Tillinator. Zweiter Platz Shadow Master. Warte, Guzo, mach du mal ein bisschen zu Lichtle. Ja, okay. Dann geh ich zu Lichtle. Warte, dann geh ich zu Lichtle. Dann mach ich hier nämlich kurz wieder ein bisschen mit Shadow. Warte, ganz kurz. Wie gesagt, erster Platz Tillinator, zweiter Shadow Master, dritter Michael Jackson. Danach kommt Lordi, Arson, Mohamed, Baddest Girl. Es sind noch ein paar neue dabei. Kai Protz ist da, ein Camcord-User, Jurassic Place. Ein paar neue sind dabei. Aguso, das bist du. Ja genau, ich, 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 ich geb, ich hab Lichtle, ey, ich wollte Lichtle-Stream helfen. Achso, ich dachte, er wollte mich essen. Ne, 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 der war ganz safe. Also, der darf gerne nochmal wiederkommen. Also, Lichtle-Stream ist gerne willkommen. So, jetzt kriegt Lichtle wieder ein bisschen. Ah! Du darfst. Such dir was aus. Ja, kann ich nicht. Du musst mich feeden. Oh, Alter. Pass auf, pass auf. Wir haben eine Blume gemacht. Split dich einmal in die Mitte. Sehr schön. Oh yeah. Das ist Lichtle Patrick. Pass auf, da kann ich dann einen Teil essen. Hier. Achso, krass, ja. Gebe ich ihn dann auch wieder zurück. Eine Sekunde, zack. Läuft auf jeden Fall. Also, äh, mein Rekord waren heute 30.000. Bei mir ist es jetzt 15. Naja, 15.900. Bei mir sind es 25.000. Aber, wenn wir dann zurücklegen, wenn wir dann zurück jetzt zusammenlegen zu, zu viert, wenn wir jetzt alle auf Masse gehen. Ja, ja, klar. Und dann zusammenlegen und alle einen geben, das wird schon heftig. Lichte Simon. Ey, der will mich splitten. Der will mich splitten. Ey, Guso, komm her, komm her. Ja, klar. Der bekommt jetzt zurück, Alter. Wer? Der ist ja Lichte, der wollte mich splitten. Fütter. Achso, okay. Das bist eh du, Moritz. Okay, gut. Nein, Spaß hier, klar. Alter, okay. Oh, Lichte Patrick. Alter, der gibt dir jetzt richtig einen auf dem Zehen. Auf dem Zeh und auf dem Fuß und... Pass auf, Moritz. Ah, ne, okay, er fiedet dich. Er fiedet dich. Ich mach hier mit, äh, ich mach hier ein bisschen mit TYT Shadow, ne? Weil dann ist es ein bisschen übersichtlicher, oder? Ja, stimmt schon. Und da kriegen wir auch mehr Masse dann zusammen. Passt, alles gut. Ja, alles gut. So. Ne, wir können ja dann am Ende einfach nochmal alle zusammenschließen. Warte, dann gehen wir... Boah, jetzt ist nur noch alles mit Lichtle, oder? Will der mich jetzt essen? Ey, ne, doch. Was ist mit diesem Lichtle-Fettchen? Weil man muss immer so ein bisschen... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Weil wir können... Bei uns können wir sagen, wir vertrauen uns 100%. Ja, genau. Man muss immer so das Vertrauen testen. Ja, ja, klar. Sonst gibt es vielleicht ein paar Probleme. So. Auf jeden Fall würde ich jetzt hier... Äh, Guzoa Swag darf auch... Hier, hier Guzo-Lichtle-Swag. Der kriegt auch noch ein bisschen was von uns. Ist gar kein Thema. Warte mal, chillt mal nicht, dass ihr mich jetzt hier komplett isst, ne? Shadow und Rage sind zwei unterschiedliche Personen. Oh. Ey, wir müssen irgendwie jemanden fressen, weil im Ende... Naja, wir müssen uns ein bisschen mal voneinander entfernen, weil sonst... Äh... Ja, was heißt voneinander entfernen? Wir müssen einfach... Hier, hier... Ich bin rechts von euch. Über uns. Ich bin rechts von euch. Ich will diesen... Oh, scheiße. Genau. Noch weiter. Ja, ich... Ja, dieser Lichtle-Patrick, der müsste halt mal ein bisschen... Äh... Ich... Ich hier diesen Mond über uns da. Ich brauche ein bisschen Feed, ich brauche ein bisschen Feed. Moritz, Moritz, Moritz. Flieg mir hinterher. Ja, guck mal mich an, Alter. Ich dead off hier gleich. Ich dead off auch gleich. Oh, shit. Ja. Das ist die perfekte Beute. Ja, nee. Das ist megabig schissen, Alter. Ja, tot. Das ist megakacke. TYT Sirius? Ja, wegen diesem... Patrick, gib uns. Gib mir bitte. Gib mir bitte. Wir wünschen euch einen schönen Tag und habt was Schönes zu Weihnachten. Wir wünschen euch was. Bis dann.